Hey und willkommen zu unserer ersten Runde Minecraft Bad Wars auf dem gommahd.net-Server. Wir sind das CineMaps Bauteam und spielen heute die Map Cube World. Eine sehr bekannte Map und auch ziemlich cool, wie ich finde. Ich würde mal sagen, los geht's und auf jeden Fall viel Spaß euch allen. So, wir haben hier zwei nette Teamkameraden namens Semper.de und Minigun Black, der gerade gelöftet ist. Alles klar. Ein nette Teamkameraden. Ein nette Teamkameraden. Und der andere campt auf dem Eisen, also keinen netten Teamkameraden, weil er nicht mehr nett ist. Miete, Miete. So, ich baue uns mal in die Mitte. Felix, den brauche ich mal wieder hoch. Felix. Wer kann igeln? Nein. Felix, du bist doch der Master in Fastbudget. Los. Ich, ja natürlich. Du machst das Ding. Felix, war ich wieder hoch. Immer. Der Typ hier so. Wer kann igeln? Also ich kann es. Ja, ja. Ich kann es ja mal probieren. Ich kann es ja mal probieren. Was? So, jetzt nochmal ein bisschen, upsah. Bisschen Eisens snacken und auf jeden Fall. Ich habe nicht genug Blöcke. Ich sehe unten mit viel Gold. Dann komme ich mir nach oben. Ja, Moment. Ich komme sofort. Komm, Jonas. So unten. Da kommt einer zu uns. Da kommt einer zu uns. Das ist unser Bett gerade. Nein, was nicht. Oh, ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Er kommt. Er kommt. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich 8 Gold. Ui. Und ich komme immer noch nicht nach Hause. Ja, ich komme schon. Aber selber gar nicht mal so viel Blöcke. Jonas. Er ist einfach runter. Ja. Da unten müssten die jetzt liegen. Oh, oh. Der kann grün. Ich muss. Warte. Wo sind sie? Nein, 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 nein. Nein. Als ob der mich jetzt hier runterboxt. Verdammt. Das hat auf dem Loch genau gereicht. Ja, schön für dich. Ich bin hier gerade runtergefallen und du wirst verfolgt von einem Grünen. Von einem Grünen, der mich getötet hat. Da kommt einer zu uns. Ja, das hat er gerade gesagt. Er ist nicht weg. Ja, ach Gott. Hinter euch liegt, ach Gott. Ja, ja, bräuchten wir nicht. Okay. Ich bin vielleicht wieder. Ich wollte es auch auch nicht. Ja, ich mache es in der Truhe. Die Truhe liegt hier hinten. Jonas hinter dem Dorfbewohner ist die Truhe. Falls du sie brauchen solltest. Ja. Was mache ich denn? Mein Eisen, mein Eisen. Toll, ich habe den Stuhl für einen, das ist schwer geworden. Ich habe den Stuhl für zwei hat Brustpanzer. Ich will es eigentlich andersrum immer machen. Achso. Ja, weil ich mache es eigentlich nicht so. Je nachdem, was ich gerade brauche. Ich finde eigentlich, Schwert ist wichtiger als der Schutz. Ja, wenn du gut halt in PvP bist, dann schon. Ja, achso. Ich finde das wichtiger. Neu, okay. Der hat gerade geleckt. Aber ich habe den und er hat nicht. Okay. Auch gut. So, jetzt bin ich auf jeden Fall gut equipped. Ach, Team Blau. Okay. Achso. Wir sind Team Roten, ne? Wir sind Team Roten. Ich bin immer bei Team Blau. Ich gehe immer zu Team Blau. Mach das und irgendwie kann es sein, dass du ein wenig lagst im TS. Oh, das war gerade so. Oh Gott, das war knapp. Verdammt. Da kommt ein Brüder zu uns. Okay. Okay, ja. Ich habe ihn. Kann das auch sein, dass wir unser Bett gar nicht eingebaut haben? Ja, nicht ganz. So halb oder so edel. Ich mach das mal. Ja, mach das. Du, du, du. Felix, der Baumeister. Immer noch. Das ist unser Team-Ate. Semper.de, okay. Es sind wieder, okay, Jonas, du. So, ich darf schon wieder ein. Also ich kann Team Grün ganz gut gerade treffen. Team Grün, ah gut. Oder nee, warte. Das ist Team Grün. Perfekt. Wir sollten... Außer wenn der jetzt runterkommt, habe ich ein Problem. Okay, der ist ganz unten. Pass mal auf, Jonas. So, ich brauche mich jetzt noch oben zu dir. Zu... Dann waschen wir gemeinsam. Ja, hab' Klaus noch. Okay, ich bin sowieso jetzt runtergefallen. Jonas, wo bist du? Äh, Jonas ist gerade bei Team Grün, glaube ich, oder? Ja. Pass mal, oder warte am besten in der Mitte oder so. Ja, Jonas, warte. Und dann komm ich auch jeden Moment. Sollten wir jetzt nur gucken, dass das hier alles passt. Ihr lebt noch, oder? Oder auch nicht? Ja doch, ich lebe noch. Felix? Ja, ich auch noch. Ja, kein Wien. Oh Gott. Oh, ich habe gar so viel Fallschaden kassiert. Okay. Ja, das habe ich gesehen. Du bist voller Hunde gefahren. Oh ne, da kommt ein Grüner zu uns. Verdammt. Okay, den grünen habe ich. Hast du es noch? Den grünen habe ich, ja. Wir sind... Achso, ihr seid ja noch gar nicht. Ja, dann kommt auch ein bisschen... In der Mitte noch. Ja, ich sehe es. Der grüne. Uiuiuiui. Ein Leber. Oh nein, ich habe viel Fallschaden gekriegt. Ja, ich auch. Ich habe keine Böcke mehr vom ganzen Buch da. Oh, gelb hat Bogen. Gelb hat Bogen. Ja, und ich hänge hier jetzt mein zwei Leben rum. Ja, ich auch. Wo bist du denn? Ja. Unten. In Richtung grün. Aber grün ist jetzt so gut wie weg. Also die gehen alle aus ihrer Base raus. Wenn ich das leise anstelle. Außer sie kommen dann runter. Okay, ne der eine kommt. Ich habe mich gesehen. Okay. Ah. Mann, Mann, Mann. Das wird... Oh. Ja, okay. Ja, aber die sehen mich fast alle nicht. Verdammt. Ich habe die Schwert gehabt. Oh, verdammt, Mann. Da bist du auch fertig drauf. Das kann es doch nicht sein, ja. Hö, hö, hö. Ach, verdammt, ist noch so viel übrig. Ah, da ist ein grüner übrigens. Da ist ein... Ui, lebt sogar noch. Was? Ja, der Team ist gerade richtig... Äh, nicht der Team, der Feind ist gerade richtig doof gestorben. Sollte ich mich treffen, aber... Ach so. Es ist halt so runtergesprungen selber. Wollte mich dabei runterschubsen. Ist auch nicht geschafft. Okay. Danke Team Gelb. Team Gelb habe ich gerade runtergeschossen. Ach, wer portet sich da gerade? Team Gelb? Ach, der da auch wahrscheinlich. Okay, das hier ist Team Gelb. Ach, total. Oh, schießt die mich auch runter. Er schieß eigentlich fast nie Fallende runter, die gerade anfallende Raschen. Okay, den Grün... Oh, ich habe fast nicht. Ja. Habs. Nice, nice, nice. Uh, knapp. Der rote. Ach, der ist hier so gut, oder? Warum? Ja. Hast du gemerkt? Ich habe nichts mehr gesagt, ne? Also, wenn ich nichts mehr sage, bin ich voll konzentriert. Ich war auch richtig konzentriert und habe nichts gesagt. Ey, warte, das ist... Oh, verdammt. Ich dachte gerade... Uiuiui. Oh, verdammt. Mann. Sehr gut. Ja, sehr gut. Nicht gut. Nee. Du hast mir mein Eisenglad. Ja, ich weiß. Ich gebe dir gleich die Hälfte. Ja, danke. Sehr höflich von dem Herrn. Übrigens, die Kiste steht immer noch, da hast du dir das Gold eigentlich mal rausgenommen. Okay. Könntest du mal machen, wenn du willst. Also, falls du welches brauchst. Ich brauche jetzt eins. Ich habe fest. Ja, okay. Ach ja. Fehlt mal was zu essen. Ah, so. Mal schauen. Team Grün ist auch so gut wie weg. Okay. 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 Irgendwer schießt mir da gerade in den Hintern. Oh, doch nicht. Alter, der spammt ja mal übel. Was ist das denn für... Oh, Mann. Der war blau. Der war blau. Der war blau. Ja. Da war ich eben auch... Oh, Mann, wie ich das hasse. Oh, Mann. Ja, Boutini. Nein. Ja. Wo ist der? Hä? Der, der unser Team-Mate schreibt. Oh, Mann. Gut, das war unser Gold. Das ist auch weg. Was ist das weg? Unser Gold? Ja, ich bin auch zu gefallen mit dem Gold. Runter geworfen worden oder ge... Sprung. Freiwillig. Nein. Ich und ein Feind haben sich gebrochen. Warum sagt man ein Team-Mate? Team-Mate? Weil das ein Team-Mate ist. Nein, das war kein Team-Mate. Das war ja ein Feind. Ach so. Ach so. So meinst du das. Ja, ja. Aber... Ich glaube... Du warst jetzt einfach ohne Equipment. Okay, komm ich was da hoch. Wo bist denn du? Unten. Was ist denn unten? Das ist ein blauer. Komm, blauer. Nice, son. Ich hab's gerade auf deine Mischung gesehen. Boah, was meinst du hier? Da ist noch ein blauer übrig. Boah, es ist einfach so spät. 3.22 Uhr. Läuft auf jeden Fall. Na ja, aber... Geht eigentlich noch gerade. Ja, hier sind erstaunlich viele noch online. Uiuiuiuiui. Ja, finde ich auch. Also... In dieser Uhrzeit schwebt man ja normalerweise. Da kommt auf jeden Fall immer eine Battle-Runde zustande. Wie ist jetzt? Auch relativ schnell eigentlich. Also irgendwie... Ja. Ich hätte nicht irgendwie so gedacht. Ach man, nein. Vor allem das hier war ja eine Vollrunde. Da waren ja alle Teams da. So. Alle Teams voll besetzt. Ja. Weil irgendwie... Ja, was? Ein bisschen langsamer hat ihn Geld. Ja, so langsam. Ich mein, wir nehmen jetzt schon seit 10 Minuten auf. Das ist... Ja, das ist auch noch okay. Ja, finde ich auch. Oh ja, Leute. Oh ja, Leute. Ja. Ich kann mich gerade noch so wecken. Jetzt ist gerade ein Fall von mir abgefallen. Weißt du, wer mich gerade abgeschlossen hat? Ja, du hast zwei Bogen. Oh, nice. Bögen. Ich hab oben zwei Bogen. Ich hab noch nicht mal einen Spitz. Zwei Bogen. Zwei Bogen, ist ja klar. Natürlich, natürlich. Oh, Leute, Mann. Hör doch mal auf zu spammen. Felix? Ja, ich bin direkt hier. Ja, ich mein ja nur, weil du so lange nicht gesagt hast. Könnte man glatt denken, du wärst mal wieder ausgetimt. Nein. Das ist doch so. Ach ja, genau. Okay. Alles klar. Die Hände hab ich mal am Bogen rangelegt. This is nice. Nice. So, ich hol mir jetzt einen Magic Stick. Ich will jetzt darunter knüppeln. Also richtig. Also richtig mit deinem magischen Knüppel. Ja. Verlust ich dir jetzt einfach knüppeln? Ja. Ja. Find ich irgendwie komisch. So. Ich, ich sag immer noch Magic Sticks zu. Ah, Magic Sticks. Mich werden das auch immer Magic Sticks bleiben. Ah, der gute alte Magic Stick. Könnte ihn noch so oft knüppeln genannt werden. Oh, Mann. Ey, hol mal deinen Knull aus dem Sack. Ja, okay Jonas. Alles gut. Seht ihr mich jetzt? Jonas, siehst du mich da? Ist cool, ne? Wie bist du? Ich komm hier nicht vorbei. Ach, hi Felix. Na? Na, was geht? Warte. Ja. Ich weiß nicht, dass alle da runter sind. Ah, ich seh dich ja. Ach so, Cinemaps. Du bist das. Gleich bring ich ihn. Ja. Ja. Nein. Nein. Scheiße. Oh Junge, hör doch auf. Jonas, ich brauch Hilfe. Du kriegst den. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn einfach. Nice. Nice. Warte. Einen Moment. Brauchen wir das Bett ab. Wie lange dauert das Jonas? Da war ein Spinnenwegen. Wofür hat man denn ein Schwert? Jetzt hat ja deswegen auch ein Moment gedauert. Ja, ja. Das sagst du nur so. Ich weiß. Ich kenn dich doch. So Team G. Ein Blauer aus der Mitte. Blau, blau. Oh, blau ist noch da. Stimmt. Okay. Team Gelb ist weg. Dann geh ich mal runter zu Team... Wer war das? Blau? Blau fehlt noch. Da ist einer noch. Wo genau ist der? Portet der sich gerade? Ja. Ich hab von meiner Nase weggeportiert. Ja, ich seh's. Das heißt, er ist seiner blauen Heimat Base. Ja, ich seh ihn. Ich bin da. Hat er einen Bogen. Er hat einen Bogen. Okay. Lenk ihn ab. Lenk ihn ab. Der hat einen Silber. Der hat einen Silber. Der hat einen Silber. Der hat einen Silber. Oh shit. Oh shit. Tag. Nein. Als ob. Ja, als ob. Da waren überall Schrägen und Bäume und ich fall dieses ein Loch da durch. Wir werden von einem einzigen blauen fertig gemacht. Ja. Ist irgendwie schon ein bisschen traurig, ne? Von einem. Einer. Einer. Der hat. Der sieht Alpha. Alpha. Also Alpha. Jonas. Du wirst nicht alles wiederholen. Du weißt. So, der hat sowieso kein Geld mehr. Ja. Ach komm. Ich schlafe mal zu. Fürth. Willst du das nicht schaffen? Dann fress ich das nicht. Ähm. Ich sitze hier unten mit acht Gold und ja. Ach ne, warte ich kann mich hochbauen. Okay, okay, okay. Das ist irgendwas. Was. Ja, ich kann hier was abbauen, sodass ich hochkomme, weil hier schon so aufgebaut wurde. Felix, bist du das oder? Ja, ich bin das. Aber ich glaub ich schaff's nicht. Nein, ich schaff's nicht. Warte. Ich sollte mal da ran denken. Jo, was ist das denn? Der spricht nicht stark. Hey, als ob. So. Ich komm jetzt mal raus. Hey, als ob der so gut ist. In der Kiste liegt. Doe ich noch nen Bogen? No. Nee, ich geh da jetzt auch nen Bogen rein. Hier so schön nice mit nem Level. Okay, oder auch nicht. Zwei ja schön. Der eine hat den Bogen wahrscheinlich. Hier Semper. Semper.de. Ja, der Semper hat den. Ich hab das eben gesehen. Nein! Okay. Alles gut. Der Blaue kommt zu uns, der Blaue kommt zu uns. Wo ist der? Ich seh ihn, ich seh ihn. Okay, ja klar. Hat zwei hin zum Tod. Nice. Obwohl ich ihn vorher getroffen hab, ne? Das gibt's nicht. Nee. Alter, der hat so. Das gibt's nicht. Der hat auch nicht. Der hat ganz hier den Stärke dran oder so. Mal wär das doch gar nicht möglich, oder? Ich weiß nicht. Der ist bei uns. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Wo? Ich seh ihn nicht. Ich auch nicht. Da hinten. Da kommt er doch. Ja, er ist voll weit weg noch. Ja, er ist voll weit weg noch. Oder? Aber eben kam es zu uns. Der hat sich Gold geholt. Der hat sich Gold geholt für ein Eisenschwert. Der hat schon ein Eisenschwert, Feli. Vielleicht für ein Unsichtbarkeit. Kann man... Geht's doch Unsichtbarkeit dran? Ja, ne? Nein. Sicher? Ich glaub's nicht. Doch gewachsen. Für 15 Sekunden. Ja, guck. Vielleicht hat er sich den geholt. Ja. Jetzt. Verdammt. Ich bin in seiner Heimatbase, aber hier ist er glaub ich nicht. Nee, er ist bei Grün. Ich war doch grad da hinten. Link im Gold. Ja, von Gold rum. Ja, läuft. Hat er halt genug. Nee, der ist grad bei dem Grün und er klippt sich da. Gut, dann klipp ich mich bei ihm. Zuhause. Pass auf, dass er nicht kommt und sich erwischt. Das wird dann. Stimmt, wenn er sich jetzt nach Hause chliopatiert, steh ich dann einfach vor ihm. Und er hat nen Trank getrunken, hier lag ne Glasflasche. Ja, meint der Stärketrank. So, jetzt versuch's nochmal mit dem Knüppel. Hä, der spammt einfach mit nem Bo, oder nee, das ist grad nicht. Das bin ich. Das bist du. Duppst den da runter, der muss nach. Ich helfe ihn aber nicht, das ist das Problem. Oh, der strinkt nen Stärketrank. Ja, hab's gesehen, warte. Der kommt zu uns, der kommt zu uns, der kommt zu uns. Ich hab ihn, ich hab ihn, ja, nice. Nikes. 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 Richtig gut. Okay, das war's dann mit dieser kleinen oder auch etwas größeren Runde Bad Wars. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir haben auch eine kleine Umfrage vorbereitet, wo ihr abstimmen könnt, ob wir Let's Plays machen sollen. Falls euch das gefällt, könnt ihr dort gerne abstimmen und uns eure Meinung mitteilen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.